Ich war dabei, den Stream wieder einzurichten, das muss jetzt sein, die Zeit. Das ist ja auch die Aufwärtszeit. Ja. Ja. Okay, jetzt. Nicht Rooftop, nee. Oh, Mann. So, jetzt geht's wieder. Läuft wieder. Ja, Rooftop, Gallery. Ich will mal Gallery, meine Träden. Keine gedroppten Frames mehr, ja, wird aber Rooftop. Ja. So, ein Mist. Ja, ich hab mal den Server gewechselt, weil der Server, bei dem ich gerade gestreamt habe, bei Twitch, war sehr überlastet. Na gut, so. Ja, dann. Ich hoffe, jetzt läuft alles. Ich nehme Support. Ich hab mir übrigens eine neue Waffe gekauft. Was ist denn eine neue Waffe? Ja, die zwei, jetzt die Tier-2-Waffe hab ich mir jetzt gekauft. Endlich. Hat ja auch nur ein bisschen gedauert. Wie war das? Du hast das Ding mit einer Pistole durchgezockt? Ja, klar. Wusstest du es nicht? Ich spiele ausdrücklich und vorsätzlich nur und ausschließlich mit Pistolen. Klar, wer kennt das nicht? Ist ja auch eigentlich am coolsten. So, jetzt klappt der Tab übrigens wieder. Ja, man kann wieder den Tab benutzen. Oh, geil. Und es kommt ein Bild, wenn getappt ist. Und da steht, ich bin Erster. Ja, das ist ein Wunsch. Ja. Aufwärmphase beginnt. Die Spannung steigt. Trommelwirbel. Okay, war ein schlechter Trommelwirbel. Gib ich zu. So, ich schreibe noch beim Spawn. Jetzt haben wir auch keinen so einen Überflieger heute dabei, wie die anderen. Ja, die alles aufräumt. Die, äh, genau, die alles aufräumt und vor allen Dingen dafür sorgt, dass wir gegen Generäle spielen müssen. Gegen Generäle musstet ihr spielen? Unendlich viele. Und alles nur, weil die Anne so gut war. Und mit 17 zu 4 oder so wäre das gut. Oder 19 zu 6 oder was da zwischendurch für Stats dabei waren. Alter, 19 zu 6. Hier ist einfach niemand. Ich habe gerade einen gefunden, der hat mich umgeschossen. Ich wurde mit der Grenade schon gekillt. Mimimi, Vorsicht, Anna. Es ist kein Mimimi, ich war ja nicht dabei, aber das, was die erzählt haben, du hast wohl schon ordentlich gerockt. Hörst du es nicht aus meiner Stimme heraus, dieser unfassbare und übermenschliche Respekt deiner Leistung gegenüber? Das ist einfach, das ist kein Mimimi, sondern die finden dich einfach so unendlich, endlos geil, dass sie einfach keine andere Möglichkeit haben, dir das mitzuteilen. Bob, komm mit. Wo hast du denn hin? Komm mit? Ja, ist doch... Ah, shit. Schon tot. Bob. Ja, ich bin ja ein Stück hinter dir. Ja. Ja. Ich war erst in die falsche Richtung gelaufen. Es war irgendwas mit 19, Anna. 19 und das war weit positiv. Ja, 19 und 6 oder so. Achtung am Spawn, wenn ihr tot seid. Ist weg. Oh, da sind gleich mehrere. Nee, da ist noch einer. Jetzt ist Arsch, hat man weg. Boah, ich habe... Ich schieße dir. Vielleicht ist da doch noch so der ein oder andere Genöl dabei. Keine Ahnung, ich bin hinter dir, Benni. Äh, was? Ich bin hinter dir. Ah, passt. Jeder geht. Ja, mal eben aufgrund. Jo. Leider A verloren. Ja, das wollte ich verhindern. Dann sollten wir B-Safe, würde ich sagen. A-Achtung. Ja, ja, bin ich gerade zu spät. Da sind aber auch gleich mehr... Kralatte. Wow. Uah, alter, Mist. So eine Scheiße, der hat sich nicht versteckt. Blödes Ding. Uh. Der will mich. Ja, der will dich. Der braucht noch ein zweiter. Also, wenn man zwei Spiele von vieren oder so rockt, dann würde ich das nicht als Ausnahme bezeichnen. Ah, fuck you. Scheiße, ich bin. Boah, scheiße. Wir werden völlig überrannt. Nein. Oh mein Gott. Ja, aber das ist gut, wenn wir so starten, dann kann es nur noch besser werden. Ja. Das stimmt natürlich. Wenn der erste Durchgang so mega für den Arsch ist, dann kann es nur besser werden. Ah. Wer hat den denn erwischt? Ich nicht. Achtung, hinter euch. Hup. Ach, laden. Wo ist er hin? Ah, scheiße, jetzt hockt der. Da ist er. Ah, fuck. Ich habe noch gesehen. Wo hockt der? Äh, links. Ja. Jetzt läuft er weg. Läuft, ähm, von der Position weg, kann ich dir nicht sagen, wo er jetzt hin ist. Ach, ich weiß es auch nicht. Scheiße, ich habe ihn noch gesehen, aber jetzt ist er weg. Fuck. Wow, da ist er. Scheiße. Jetzt hast du den Kuhn. Oh, ne, da kommen gleich mehrere. Ui, die sind hier hinten schon auf C durch teilweise. Ja. Ja. Na toll. Oh, die sind auf C durch. Ja. Die setzen sich jetzt gleich drauf. Gewaltig. Uiuiui. Das ist der Flashback von gestern. Drei Stück auf der rechten Seite auf diese... Ja, das ist der Standard. Standardvisier, was da drauf war. Ich habe ja nur die Waffe gekauft und konnte mir noch nicht viel mehr kaufen als das. Also, das ist eins meiner Standardvisiere. Das ist nichts Besonderes. Ähm, ja. Also, ich meine, ich stehe auf Visiere, die... Was hast du denn für ein Visier? Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ich stehe auf Visiere, die mir am Rand so ein bisschen die Möglichkeit bieten. Ähm, ja. Oh, sie werden verlieren. Die sind einfach überall. Es war ein Abzug in anderthalb Minuten. Ich habe ganze 20 Punkte gemacht. Feiert mich. Yeah. Hey, ich habe immer in 150 gemacht. Alter Vater. Wir haben aber auch zwei Spieler zu wenig im Team gerade. Ja, einer kommt jetzt dazu, aber trotzdem. Ja. Ähm, ich habe halt erstmal die Waffe nur gekauft und habe dann das billigste Visier genommen, was ich gerade da hatte, was mir wenigstens ein bisschen Visier gibt. Und, ähm, ja. Ist dann halt so. Äh, A oder B? Egal. Egal. Okay, A. Ah. Äh, wo ist A? Links. Ja. Alle hinrennen. Alle hinrennen. Bis auf einen. Ja, der soll uns mal spüren rückenfrei halten. Alter. Links Glock. Ich bin schon tot. Ich bin nicht mal vielleicht bis auf A gekommen. Ja. Ah, Mist. Du weißt, wie viele Generäle wir da wieder... Ey. 100 Millionen Generäle. Wahrscheinlich sind das jetzt alles Leutnant. Ja, genau. Deswegen kriegen wir es auf. Alter. Ja, die sind durch quasi auf A. Auf A. Ja. Oh, ja. Ja, jetzt gehen sie B behind. Ja, man. Da kommt noch einer. Benny, da kommt noch einer. Okay, okay, okay. Zwei gehen behind bei B. Ah, scheiße. Ne, diesmal ist es der Benny schuld. Ey, wieso ich? Weil du gerade tot bist. Alter, ich kann überhaupt nicht mehr schießen gerade. Ja, da ist noch immer einer hinten. Boah. Boah. Ich muss mal aufhören. Oh, man. Ich brauche mich hier zu schießen. Oh, man. Oh, es hat eine Katastrophe. Hey, immerhin habe ich 18 Mal so viele Punkte wie vorher. Die kriegen sie richtig ins Maul. Herzlichen Glückwunsch. Alter. Ich habe nicht mal die Chance gehabt, auf den zu schießen. Ne, 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 ne. Vielleicht sollte ich mir wieder Special Muni zu kaufen. Boah, ich habe ganze null Punkte. Null. Alter. Die sitzen direkt auf rechts auf dich. Ich habe einen Abschluss. Bäm. Oh. 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 Da ist hinter der Säule sitzt einer. Oh. Ja. Und von hinten kommt auch noch einer. Ich habe immer noch fucking null Punkte. Ich habe immer noch fucking null Punkte. Das gibt es überhaupt nicht. Ich habe immer noch einen Punkt. gefangen. Du musst nicht in die Pizza reinbeißen, während ich auf B stehe. Alleine. Ja. Aua. Tot. Ja. Securing Alpha. Wow. Jetzt habe ich die ersten Abschlüsse. auf. 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 Oh. Ei. 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 Ich habe mit einem Leben noch zwei Abschlüsse gemacht. Hm. Ich habe noch nie noch nie ein Spiel so deutlich verloren. Ja. Selten oder ich glaube wirklich noch nie. Äh. Alter. Fett. Alter. Und trotzdem bin ich aufgestiegen. Ich bin abgestiegen auf Hauptmann 5. Aber... Oh, guck mal, was ich hier... Was hab ich denn hier? Heavy. Achso, reparieren. Die waren alle Major. Ja, die waren Major und... Die waren Major und die waren schon Körner und Major. Ja. Und wir waren immer ein bis zwei Spieler zu wenig im Team. Ja. Oh, die hatten sogar zwei Hauptmänner. Ja. Ja, aber die Hauptmänner haben abgekackt. Benni sollte das doch machen. Tobi, wieso schreibst du in den Chat rein? Nicht so sehr abgekackt wie ich. In welchem Chat schreibt welcher Tobi was wo? In Twitch. Ja, also, das mit dem Machen hat man gesehen, wie gut ich das kann. Hallo, Fri02. Ja, du darfst darüber lachen. Das war, ich glaube, das schlechteste Spiel, was ich jemals im Stream gezeigt habe. Oh, ja. Wie viele Punkte hattest du? 85? 85. Und beim ersten Durchgang, ich glaube, weiß ich gar nicht mehr. Naja, im ersten Durchgang... Im ersten Durchgang hatte ich... Im ersten Durchgang hatte ich 150 und im zweiten Durchgang 85. Ja, gratuliere. Applaus, Applaus, Applaus. Mit Abstand das schlechteste Spiel, was ich jemals gemacht habe. Alter. Trotzdem haben sich das neun Leute angeguckt. Tapfer. Aber ich freue mich ja, dass ihr da seid. Die gehen gerade nur alle nicht raus, weil sie sich den Bauchhalten verlachen. Die wollen die zweite Runde auch noch sehen. Ja, du siehst da oben meine momentanen Finanzhaushalt, äh, Polar, ähm, Ghost of Coon Phantoms, Polar GRP. Ähm, mein Finanzhaushalt gibt gerade einen Visierwechsel nicht her. Ich hab 40.000. Also musste ich das nehmen, was da war. Und das, was da war, war nun mal das Visier. Das hatte ich noch. Und deswegen hab ich das da draufgepackt. Und sobald ich die Möglichkeit habe, mir ein anderes zu kaufen, werde ich das mit Sicherheit tun. Ich wollte mal gucken, was du für ein Visier hast. Ne? Bei Nubes, da werden noch Erinnerungen machen. Ja, übrigens. Hi, Freen 0.2. Boah, das hat sich gereimt, ne? Hi, Freen 0.2. Und was sich reimt, ist gut, oder was? Ja, was sich reimt, ist immer gut. So, erstes Spiel zum Einspielen, zweites Spiel zum Auf-die-Fresse-Geben. Genau, ist immer so ein bisschen hin- und hergerissen, ne? Weil je schlechter ich spiele, desto weniger kriege ich hier oben mein Geld, und desto länger dauert das, bis ich in den Spielen komme. Ja, jetzt spielen wir Ernst. Wer ist denn Ernst? Aus Spaß wurde Ernst. Ernst ist heute zwei Jahre alt. Super, mal den Witz. Ich glaub, der ist hier irgendwo runtergefallen. Moment. Guck mal unter deinen Füßen. Heute ist Tag der Flachwitzer. Heute sinkt für sie das Niveau. Ist das nicht immer, wenn der Bob screamt? Hey, hey, hey. Hey, hallo. Keine falschen Behauptungen hier. Bösartige Unterstellungen, Bob, Tobi. Ich will jetzt nicht sagen, du hast da durchaus recht, aber ich glaube, ich vermute, dass du durchaus recht hast. Bösartige Unterstellungen bekomme ich hier. Zeig mal dein Visier, Bob. Brechheit. Hier, das ist mein Visier. Da. So sieht's aus. Das ist scheiße, ist das. Aber irgendwie. Ich will dein Visier nicht. Ja, ich muss ja mal in den Stream gucken. Da kannst du das sehen. Ah ja. Oh ja. Das Visier habe ich mit dem Assault auch. Ich finde das sogar gar nicht schlecht. Ja, für eine Assault ist das aber für einen Support. Ich habe neulich gesehen, dass es so diese komischen, durchsichtigen Visier gibt, die quasi komplett transparent sind. So, ja, hola. Ich weiß, dass ich mir so einen Pass kaufen kann, aber es gibt da... Alter. So, ich habe mir so einen... Ja, was heißt... Ja, doch eigentlich so einen Grundsatz gesetzt. Und zwar, wenn ich so ein Spiel wie dieses hier spiele und das ist kostenlos, dann möchte ich das auch kostenlos bis zum kompletten Erfolg spielen. und das eben nicht mit solchen Pay-to-Win-Aktionen machen, weil, ähm... Also, wir zocken das ja auch nur aus Spaß hier, dieses... Das Game. Also, ich bin immer der Meinung, ich bezahle gerne dafür, wenn, ähm... Ah, scheiße. Gebt mir einfach One-Shot, während ich runterspringe. Oh, fuck. Ich muss mich mal eben... Tobi! Tobi! Ich habe die Granate vorgeworfen, wo du in dem Moment die heatet, wo ich den... Alter! Also, in... Ist das nicht dein Ernst? Na gut. Team ist zusammen. Team teilt sich auf. Okay, dann folge ich mal dem Tobi und dem... Oh, oh, links. Wo? Hast du? Nein, hast du natürlich nicht. Fuck, 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 fuck. Von behind, behind. Ist der weg? Nein, da ist noch einer. Jetzt ist er weg. Der ist noch nicht... Oh, da ist noch einer. Licht auf dem Aufmerkauf. Der liegt da. Der hat's nicht gesehen. Boah, die geben uns ordentlich. Schon wieder. Jetzt ist er weg. Ähm, also ich gebe gerne Geld aus, um mir ein Spiel einmal zu kaufen. Ah, Ghost! Auf unserer Seite. Denn aber ein Spiel kostenlos ist, dann möchte ich auch das kostenlos bis zum Ende durchspielen. Weil... Und... Ja. Ähm... Ist jetzt im Häuschen der Ghost. Auf unserer Seite im Haus. Ist aber jetzt tot. Benny macht das. Der Benny macht das schon. Das habe ich gestern so oft gehört. Benny, wer ist eigentlich dieser Benny? Genau, wer ist dieser Benny und was macht der hier? Macht der immer alles. Warum macht der immer alles? Ähm... Heißt so eine Grundsatzsache bei mir, dass ich sage, ich möchte das auch zeigen, dass diese Spiele tatsächlich, wenn sie kostenlos sind, auch kostenlos spielbar sind, erfolgreich. Und ja, wenn das eben nicht so ist, dann muss ein Spiel auch damit leben. Dass es zwar nach außen offensichtlich kostenlos ist, aber tatsächlich eigentlich nicht kostenlos spielbar ist. Also, darum geht es noch ein bisschen. Granate. Ja. Uah. Yes! Ein Granatenkill. Bam! Ah, fuck! Und dich auch. Legt sich bitte mal noch einer mit auf. Ja. Danke. Ich habe jetzt keine Granate mehr. Ich kann also nichts werfen. Ich gehe jetzt mal mit Schild über die Brücke. Lass das mal den Fendi machen. Fendi macht das gut. So, jetzt lasst das mal den Papa machen hier. Okay, im Moment ist auch der... ...einer oben drin. Achtung. Hast du? Ja. Ne, irgendeiner hat ihn. Ja. Vorsicht, kommt einer. Ah, ey. Alter, hat er eine Schadensabschwächung. Das gibt's doch nicht. Ach, verdammt. Wo ist der? Rechts ist einer. Ich glaub's nicht. Ich hab 5 X-Ti gesehen und er hat einmal so einen Treffer kassiert. Ich fass es nicht. Ah, fuck you. Ich komm nur sehen, naja. Ach, waren zwei. Na ja. Boah. Wie viele Leute sind denn hier draufgegangen gerade? Heftig. Ich alle bis auf eine, oder? Hallo an alle Zuschauer. Schön, dass ihr hier seid. Heute gibt's voll auf die Fresse. Das gefällt mir. 12 Stunden. 12 Stunden? Ne, 12 Stunden kann ich mir das nicht antun jetzt hier. Oh. Oh, ich glaub nicht. Meine Fresse. Wie viele Leute hat er jetzt mitgenommen, bitte? Ein Haufen. Ein Haufen, ja. Ein Riesenhaufen. Wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Da ist einer. Wir hatten C fast. Alter. Oder haben wir C? Wir haben C. Ja, ja. Aber wir hatten fast. Schauen wir lang. Neben C noch nicht. Damn, Junge. So geht das. Auf der anderen Seite der Brücke liegen mindestens... Ach, scheiße. 3 und da ist noch ein Sniper auf der rechten Seite. Gibt's doch nicht. Ja. Ich hab mit der Granate nicht... Äh, also nicht gekillt. Ich auch nicht. Ich hab in der Granate gerade was gekillt. Boah, wie viele sind denn da? Ich versuche mit Schild über die Brücke zu gehen. Unglaublich. Warte, die Hitengrad. Die Hitengrad, ja. Wie? Da krieg ich dich aufs Maul grad. Achtung. Bin auf der Brücke mit Schild. Wenn der lange durch aushält, komm ich mit Schild wieder her. Ja, die Granate. Lauf grad von hinten rein. Ah, fuck. Komm gleich rechts einer hoch. Dann nimm den weg. Von hinten. Innen. Zwei, drei. Oh, man. Das war mir so kurz davor, ey. Gibt's. Die laufen auf der Brücke rum. Warum schießt die die nicht ab? Ich kill einfach mit den Granaten keinen mehr. Das ist unfassbar. Ah. Huh. Ich lebe noch. Ihr Penner. Ach, scheiße. Liegt ein Sniper auf der jetzt nicht mehr. Oh. Ei, 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 ei. Eie, ei, ei, ei. Ist ne gute Ausdruck, ja. Oh, der Prometo ist ja geht aber ab hier, der Benni. Ha, nö. Fuck, alter, was war das denn? Natürlich geht der gerade ab. Mach das mal an. Ach, scheiße. Ich bin mal gespannt, wie lange das Spiel heute durchhält, ohne abzustürzen. Oder ob ich gleich wieder Abstürzer habe. Los nicht. Los nicht. Ja. Und einer mehr. Ich glaube, du hast die Priorität hochgestellt. Oh, ne, muss ich gleich noch mal anfangen. Wow. Hinter uns, hinter uns. Oh, war. Ah. Vorsicht, Vorsicht von der Seite. Ja. Der war. Der war. Der war. Der war. Noch einer. Ist jetzt gerade mal gut für den Hinweis. Danke. Die Priorität hoch. Jetzt bitte umbleiben, Kasper. Umbleiben. Wir nehmen mal einen. Ja. Yes. Yes. Endlich. 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 Hat ja lange genug gedauert, ey. Oh, ja. Bin trotzdem letzter. Kacke. Er war eigentlich gerade überholt. Ja. Sehr schön. Der Benni macht das. Für wieder. Ei. Ei. Ach, fuck, 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 fuck. Der Ghost. Ah, fuck. Ghost, ja. Der hat uns alle drei gekriegt, so ein Mist. Was gibt's da zu lachen, Free-02? Das soll ich auch wissen. Echt? 3-9-2-7. Das mag von überall. Der spielt bestimmt im Gegner-Team gerade. Und ein Spide. Ja, das ist ein Spide. Spide. Das sind immer die Besten. Alter. Vorsicht. Fenster. Oh, nix Fenster hinter dir. Hab ich. Ich lebe noch ganz knapp. Ah, jetzt nicht mehr. Jetzt war der am Fenster wieder. Nee, war ein anderer. War ein anderer. War ein anderer. Der ist an der Brücke. Der ist an der Schlechse. Ah, sorry. Wo sitzt der? Da. In der Mitte, der gleiche. Komm, wir locken ein bisschen. Du schießt. Ich hätte übrigens Schild. Okay, er ist weg. Also gehe ich mal mit Schild über die Brücke. Nee, die Brücke ist frei. Spare dir das Schild. Ja, jetzt ist zu spät. Jetzt bin ich schon am Laden. Ich zünde uns aber jetzt hinter der Brücke. Achtung. Und Schild. Ich gehe links rein. Was? Da, wo der Benni gerade gestorben ist. Ja. Nein. Ich habe eine scheiß Smoke reingeschmissen. Ah, fuck. Jetzt lädt er genau dann nach. So ein Mist. Hab ihn. Ah, scheiße. Ich hatte mein Magazin gerade leer geschossen. So ein Mist. Das ist kleiner als das andere. Da muss ich mich erst dran gewöhnen. Das, was ich vorher hatte. Das Magazin, ne? Ja, die 50. Ja, ich brauche auch meine Größe. Das ist jetzt klein. Okay, einer snipet hier. Einer snipet durch. In der Mitte. An dem Gang. Das linke Fenster ist auch. Guckt auch einer. Ja, muss ich mich jetzt... So, hier drauf, hier drauf. Ja. Eigentlich müssen wir alle im Geat sein. Haben. Kurz hinter dir, Kaspar. Bin ich. Geht es aus. Vorsicht, es ist einer hier auf der Seite. Hast du? Oh, scheiße. Komm hier nicht dran. Sitzt hier rechts. Warte, ich mach versuch's mit einer Granate. Bock. Ne, war zu weit. Boast hinter uns. Oh, shit. Hopp. Hopp, 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 hopp. Auf der anderen Seite vom Fenster sitzt der immer noch. Oder? Ne, ist tot. Alles klar. Er ist weg. Ah, ich noch. Scheiße. Jetzt ist er weg. Andere Seite. Andere Seite. Ja. Schon weg. Bin schon drüber geklettert. Ja. Du bist schon drüber geklettert. Ja. Sauber. So. Action auf Nukes. Geil. Jetzt muss ich nur noch besser spielen. Kack. Ich gehe zentral mit Schild durchgucken, was passiert. Also alle Waffen auf die Mitte. Hinter dir. Benni. Ich glaube, von hinten kommt einer an. Ja, ja. Tobi auch. Oh, scheiße. Tode. Den habe ich. Hast du? Ja. Ah, fuck. Rechte Seite. Zwei Stunden, ja. Mist. 13 Sekunden, dann habe ich Schild. Dann versuche ich das auch nochmal. Ich muss meine Kameraposition gleich noch wieder umsetzen. Das Zeichen kurz und weg. Warum bist du eigentlich schon wieder drin? Boah. Du musst noch hier warten. 1000 Punkte Unterschied vom zweiten Platz bist du. Beni, wie macht das schon? Zu C kommt einer, der geht auf. Wo ist er auf C? In den Raum rein, bei denen. Weg. Der Beni macht das schon. Oh, scheiße. Bob hinter dir. Ja, habe ich schon. Ich hatte die Schüsse gehört. Achso, ist schon tot. Vorsicht, linke Fenster ist blockiert, weil da sitzt irgendwo hinten ein Sniper. Linkes Fenster. Ja, rechtes Fenster, Entschuldigung. Boah. Boah, bei. Boah, bei mir. Ich laufe mal hinterher, Tobi. Black und Blackout, geil. Ja. Mitte, Hit und Blackout. Ach, scheiße. Hitze. Ah, ich hasse Hitze. Ah, scheiße. Ah, hey. Alter, ich bin bester Support. Was willst du? 4500 Punkte, Beni, ey. Nice. Bye bye, Beni, sage ich dazu, du. Der Beni ersetzt die Arne. Wie viel hast du, 17,7? Ich hoffe nicht, es in allen Dingen. Ich würde aufpassen, wenn die Brüste wachsen, würde ich mir Gedanken machen. Wenn die Brüste wachsen, du. Diese fiesen Brüxen immer. Immer diese Brüxen. Aber ich stehe auf Brüxen, muss ich sagen. Alter. Leg dich doch hin. Ja, es kommt einer mit Schild über die Brücke. Boah, einer unter der Brücke. Oh, die pushen am Anfang. Das war ja auf der linken Seite durch. Ich verlege auch nicht auf, äh, Black-Olo-Brüste. Ich bleibe auch Schild erstmal. Wenn du damit umgekappt hast, geht noch nicht gut. Ich gehe jetzt mal mit Schild durch. Ich bin kurz hinter dir, Kaspar. Üb das. Mit fünf Punkten dritter Platz. Wow, bei, wow, wow. Oh, Schild, Schild, Schild. Komm rein. Ja, rechte Seite, rechte Seite im, im Raum ist einer drin. Der ist tot. Von hinten habe ich. Wo kam der? Hallo? Wie kann der denn durch das... Ach, da lief noch ein Ghost. Den habe ich nicht gesehen. So ein Scheiß. Boah, die haben unsere Seite schon heftig besetzt. Hm. Ich versuch's auch nochmal mit Schild. Wo bist du? Direkt hinter dir. Ja, ich seh's. Die hat an dir vorbeigelaufen. Ja, ja, ich hab's gesehen. Oh, verdammt. Oh, Konnaten. Jede Menge davon. Ah, Blackout, Blackout, ich bin tot. Hinter dir. Ich konnte nicht schießen, der Blackout hat noch gewirkt. Losing Delta. Losing Delta. Oh, oh. Losing Delta? What? Ey, pushen die. Heftige Nummer. Ja, das ist aber nur einer. Hi, der Streamer. Das Visier ist scheiße. Ja, da bist du nicht der Einzige, der das sagt. Halt drauf, halt drauf. Fuck. Tobel. Tobel. Ich weiß nicht, ob der Rest vom Chat noch eingeblendet ist. Sehr klar. Hier steht, warum ich gerade dieses Visier nutze. Äh, der Stürmer. Wenn dem so ist, er ist ja links hier zu sehen, da. Da. Da, ist ja hier zu sehen, da. Es gibt keine Kohle. Dann, äh, lies mal nach, warum ich gerade dieses Visier benutze und kein anderes. Fuck, dir, ich stehe, hier sind ganz viele. Ihr sind direkt links, links, links. Ja. Und die kommen nur durch, unten durch. Sauber. Ja, den den gekriegt, ich nicht. Komm, noch einen. Keine Ahnung, ich hab ihn auch nicht gekriegt, aber ich hab ihn rausgejagt. Einer noch, okay, ist weg. Einen hab ich. Nice, ihr habt zwei gekriegt. Ich hab keinen gekriegt, ihr Penner. Ich bin letzter, 200 Punkte. Oh oh, ghost. Hab ich. Äh, wird. Hab ich nicht gekriegt, noch einer. Hab ich gekriegt. Alter, aber ich hab keinen Abschluss gekriegt hier. Was ist denn das für ein Scheiß? Wie viele Ghosts haben die zum Henker? Minchah. Eins, zwei, drei, vier. Ich glaub drei Ghosts und einen Oracle. Minchah. Der letzter hier mit 200 fucking Punkten. Definiere lange. Ach, äh, ich spiele halt schon eine ganze Zeit, aber ich hab ja nie behauptet, dass ich das gut spiele. Ich hab ja auch nie gesagt, dass ich das gut spielen will. Ich hab nie behauptet, dass Shooter meine Disziplin sind. Oh, fuck. Hab ich. Ach, fuck. Eigentlich ist er total der Pro. Er versteckt's nur immer. Ja genau, ich laufe gebückt, um meine Stärke zu verbergen. Genau. Ey, fünf schauen ist traurig. Äh, hinzu kommt, dass man auch sagen muss, dass es immer eine andere Situation ist, ob man so ein Spiel ganz konzentriert für sich alleine spielt, oder ob man das in einem Stream spielt, wo ich dann rechts den Chat noch mitlese, links und auf der linken Seite. Entschuldigung, Entschuldigung. Wenn wir den Monitor betrachten, ob alles gut läuft und so, da. Oh, 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 okay. Oh, alter. Wir hätten einen Scan-Head-Boot getan. Wir haben mal wieder nur einen Scan in der Gruppe, kann das sein? Haben wir überhaupt nicht Scanner? Die drei Top-Player sind Scanner. Ja, okay. Die haben dann gerade gewechselt, ja. Die drei Top-Player? Mein Rang, ich bin momentan Hauptmann, gerade eben war ich noch Major 1, bin aber gerade beim ersten Spiel abgestuft worden, weil ich scheiße gespielt habe auf Hauptmann 5. Und ich hoffe, dass ich jetzt gleich irgendwann wieder auf Major 1 aufsteige. So ist zumindest der Plan. Kacke. Achtung. Nutzen Sie mein Schild jetzt. Ach, oder auch nicht. Alter, der ist einfach reingerannt und hat nicht umgenutzt. Das machen die gerade alle. Wird man hier etwa nur über Athena-Rang bewertet, oder was? Ja. Glaubst du ja nicht. Über meine hüterische Qualität ist ja auch... Ja, General 1. Ja. Okay. Nein, also so lange spiele ich das Spiel noch nicht und so gut bin ich auch nicht. Ich habe gestern gegen Rende... Rende gerade 1. Ja, wir sind vier Leute. Was? Bier? Ja, ja, hier. Bier? Ich glaube, ich trinke einen Whisky. Vielleicht wird es besser. Alter. Ach, gibt es doch nicht. Dann zitter ich nicht mehr so. Alter, die halten aber auch viel aus. Ja. Gut, sie ja. Ein Leben hat er. Links, äh, Ghost. Er kommt zu euch Mitte. Ah. Oh, fuck. Ich habe mal ein General gesehen. Ich durfte ihm seinen Fuß kussen. Bin ich ganz stolz drauf. Ah, heute Abend gibt es bei der Anne Cocktails. Na, so etwas. Anne, das ist aber sehr unfair, wenn du mit deiner Freundin oder wer auch immer kommt Cocktails trinkst und wir nicht. Und das finde ich nicht gut. Es ist nur dann akzeptiert, wenn du oder ihr dabei weiterhin den Stream guckt. Dann ist das akzeptiert. Ansonsten ist das nicht akzeptiert. Ja, trinken und gucken, das geht ja. Das stimmt. Trinken und gucken geht natürlich zusammen. Ist dann auch akzeptiert. Bei Frauen, die ja eh multitaskendfähig sind. Ja, das stimmt. Die ist natürlich, ja. Und wir reden ja auch nicht nur über irgendeine Frau, wir reden ja auch über die Anne. Ja, den Kolonel. Ja, und den Kolonel. Ach, da habe ich cool nicht so weit, ne. Ne, mach nicht weit genug. Schade auch. Der Nachteil bei Shootern ist ja, man kann nicht so viel nebenher machen wie jetzt bei Star Wars zum Beispiel. Ach, ich. Ja, zum Beispiel sollte man auch aufpassen, damit man nicht einfach umgeschossen wird, Alter. Ich bin schon wieder Letzter mit 500 Punkten. Ja, ich bin Dritter. Aber, geht dieser Satz noch weiter? Aber, wir wohnen zu weit weg, das ist das Problem. Ach, Quatsch. Das halte ich für ein Gerücht. Ja, du, ich bin mir sicher, dass wir das irgendwann mal hinkriegen, dass man ein Community treffen oder sowas macht, wenn die Gelegenheit sich gibt. Hast du sie erwischt? Nice. Wen? Oh. Okay. Ich hasse sie. Boah, das sind ganz schön viele, drei Stück. Das sind, glaube ich, vier, fünf Leute, recht? Ja. Ja, ja. Herrlich, der ist, der ist richtig. Den habe ich nicht mal gesehen. Das ist nicht so gut. Ich habe fünf Abschlüsse gemacht? Krass. Danke, dass du uns folgst, der Stürmer. Willkommen bei den Gaming Boys. Willkommen. Alter, von hinten, von hinten. Wie wird von hinten die schon? Jetzt habe ich. Oh. Sind schon auf D, oder? Ja, so weit sind die auf jeden Fall. Ah, fuck. Die sind gleich bei D, ja? Die sind schon auf D. Die sind auf D übrigens. Ja, einer sitzt da. Ja, da waren aber mehr als einer. Ich bin ja, ich bin denen ja genau in die Arme gelaufen. So, ich probier's mal mit Schild nochmal. Und Stürmer, wenn du einige Anregungen motippst hast, ne? Dann, nur raus damit. Sind dein fucking Schild. Danke. Das ist auch krass. Nein. Oh, ich habe mich selbst umgebracht. Das ist dumm. Ja, das war voll blöd. Der hat mal ja den, äh... Der hat ja, der hat die blöde Granate, die... Alter, wo, 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 wo? Ach, von da. Fuck. Von wo? Von der linken Seite kam einer. Den habe ich nicht gesehen. Ey, mit den Granaten kriege ich gar nichts mehr. Dankeschön. Ich kriege mit den Granaten auch gar nichts mehr. Wir geben uns Mühe. Und ich übe auch fleißig, dass ich vielleicht auch irgendwann mal General werde. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Wenn man sich das so anguckt. Aber wichtig ist, dass uns das Spiel Spaß macht. Und wir, äh... Übrigens, für die, die jetzt zuschauen und das nicht wissen, einmal nur so zur Infos. Jeden, also das ist ja jetzt, wir machen ja jetzt den 12-Stunden-Stream, wo wir alles Mögliche spielen. Aber Dienstag, jeden Dienstag gibt es ganz regulären Ghost Recon Phantoms-Stream, wo wir auch nur das Spiel spielen. Jeden Dienstagabend ab 20 Uhr, ungefähr drei Stunden lang. Und jeden Dienstag. Manchmal improvisiert der Bob dann noch, aber... Ja, manchmal improvisiere ich danach noch was. Übrigens, ich bin wieder auf den Mario aufgestiegen. Der Mario-Streams bin ich. Glückwunsch. Du bist der Sack, der uns die schweren Leute hier reinholt. Ja, 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 das ist das. Ähm... Naja, drei Kolonel. Den gibt es tatsächlich jeden Dienstag, diesen Ghost Recon Phantoms-Stream. Heißt Noobs & Guns, das ist auch unser Format auf YouTube. Da haben wir auch noch ganz viele andere Videos, unter anderem die vergangenen Streams sind da hochgeladen unter dem Titel. Und, ne, das Format heißt dann halt auch Noobs & Guns deswegen gespielt. Du musst auch die YouTube-Adresse noch nennen. Ne, die steht da oben, die kann man sich da durchlesen. Aber sag sie doch einfach nochmal. Das ist natürlich unter den Gaming-Boys zu finden. Genau. Ist das Mädel auch ein Boy? Ja. Also mein Ding ist Level 41. Was ich für besser ist, ist der Kern-Refil von unserem Team. Das beruhigt mich. So, da kann man sich das dann Dienstag angucken. Und hier, heute spielen wir jetzt so zwei, drei Stündchen das hier und dann spielen wir noch was anderes. Ja. Mal gucken. Ich werde auf jeden Fall heute Abend irgendwann nochmal ein bisschen City Skylines spielen. Das hatte ich schon gesagt. Vielleicht spiele ich auch noch Dragon Age Inquisition oder so. Könnte ich mir auch vorstellen. Was ist denn so das, was vielleicht noch so kommt? Oh, Tomsk oder Metro? Metro, wa? Aber auf Metro, wenn da wieder so viele Sniper drauf sind, kriegen wir da. Der aber auf den Sack. Metro ist okay. Ja, okay. Dann Metro. Metro, okay. Ist eh egal, wird eh Metro. Ja. Kannst auch zufällig nehmen. Also, was sagt er? Er gibt ein paar Tipps. Sehr cool, der Stürmer. Erstens, man nimmt kein Aegis, wenn es Cloaker gibt. Was ist Aegis? Das Schild. Ja. Ah ja. Warum nimmt man den nicht, wenn es Cloaker gibt? Weil du Cloaker schwer siehst. Ja, so schwer auch. Und wenn die reinlaufen zu dir, hast du ein Problem. Ja, das stimmt. Das Einzige ist nur, wenn du die Cloaker wie er schreibt siehst. Aber du darfst nicht vergessen, wenn du das Schild oben hast, dann siehst du schwerer durch. Somit sind die Cloaker noch schwerer zu sehen für dich. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Es sei denn, bei so einem Cloaker läuft dir halt auch durch, wenn du kein Schild anhast, ne? Ja, aber das heißt, man sollte, wenn wir Support spielen, dann auf Blackout. Blackout. Blackout wechseln, weil dann würdest du den Post-Found haben. Den Cloaker. Ja, ja. Vor allem, er kann es dann auch nicht aktivieren, weil er immer warten muss. Das stimmt. Das ist eigentlich eine richtige Sache. Ja, das ist das. Danke für den Tipp. Ja. Wobei, der Cloaker, der braucht ja nicht voll aufladen. Ja, aber jetzt ist er trotzdem weg. Zumindest für eine Zeit. Ja, und er kann weniger Cloak. Ja, vom desaktivieren verbraucht er mal so 10% seiner Energie und dann nochmal, ja, bis er vollständig uns bei ist. Aber wir kämpfen wieder gegen den gleichen Gegner. Echt? Ja. Wurscht, äh, ich bin kurz weg. Kommt er wieder. Jo, hast ja noch. 30 Sekunden. 30 Sekunden. 30 Sekunden. 35. Da muss er ordentlich den Druck sammeln und dann einmal ordentlich pressen und dann ist das. Geht das. 2 Sekunden raus raus. Wir rutschen nicht, ja? Also, die anderen rutschen mehr. Ich rutsche nicht. Ich vergesse das immer. Ich weiß, dass ich das machen sollte. Vor allen Dingen so in Schildereien rutschen, wenn einer mit Schild auf mich zukommt. Das übe ich noch tatsächlich. Da bin ich noch nicht besonders gut drin. Das ist einfach eine Reaktionssache, die man reinkriegen muss irgendwie. Ja. Da übe ich noch sehr extrem dran an das Rutschen. Da hast du recht, das wollte ich viel öfter machen tatsächlich, ja. Es sollen auch keine Ausreden sein, wenn ich sage, ich kann das noch nicht oder ich übe das noch, also ich übe es halt, ne? Es sind Ausreden. Es soll keine sein, aber es sind richtig. Schild-Action oder? Ja, ja, alles klar. Warum frage ich eigentlich? Ich bin direkt hinter dir. Ich weiß, ich habe Schild genommen. Bestimmt gibt es Cloaker. Keine Cloaker, es gibt, äh, Sniper. Äh, leider, äh, Hitze. Ja, von mir. Ne, von den Gegnern auch. So, über links kriege ich. Ja, jetzt kommt er. Ah, ich bin nicht da. Alles klar, wir sind schon im Spiel. Ja. Ich habe mich einer erwischt. Ähm, Tobi, auf der anderen Seite sitzt einer quasi eine Säule weiter. Okay. Ah, ich glaube, der sitzt weiter hintergangen. Ja, jetzt habe ich. Zweitens, ihr rutscht nicht. Äh, ne, der stimmt nicht, der Bob rutscht noch nicht. Ja, habe ich gerade schon gesagt. Achso, okay. Hey, ihr habt ja keine Punkte, kriegt ihr? Ich bin der FK und kriege Punkte. Ah, geil. Fieser Bob. Das ist der, der, Benni-Bonus. Aha. Cheater, ja? Ja, LMO. 15 Euro Hack. 30, oder? Ne, ne, ich bin Künstigerin. Der ist halt nicht so gut. Da wird nur jeder zweite Kill verdoppelt. Auf der Treppe? Na. Ja, auf der Treppe kommt einer. Ja, das war, glaube ich, der Klo. Wow. Wow. Ach, von der anderen Seite. Okay. Wo sitzt der denn, verdammt? Oben, oberhalb der Treppe. Es lebt noch, hat aber Schaden gekriegt. Kommt über die Treppe runter. Scheiße. Hab einen, hab ich. Da sind noch mehr. Ja. Und ich hab schon wieder schwaches Leben. Probier's jetzt mal. Danke für den. Das ist top. Danke. Dass du genebelt hast. Vorsicht, links liegt eine Granate. Nicht hinlaufen. Oh, wie viele Schadenspunkte kann der einstecken, ey? Ja, hier die Treppe ist clear. Der ist gerade abgehauen. Okay. Oh, da ist noch einer. Hast du den? Oben den hab ich. Oh, der Klo kommt nicht. Vorsicht. Nein, der Klo kommt nicht. Läuft über links. Ja. Der hat, irgendjemand hat ihn alle erwischt. Jeden dritten. Ich glaube, ich hab noch nie jemanden im Rutschen getötet. Ich auch nicht mehr. Ich treff dann gar nicht. Also wir haben, ich weiß nicht, vielleicht, ich hab gehört, es gibt sowas wie Auto-Aim. Äh, haben wir nicht. Ja. So, das Spiel läuft auf jeden Fall deutlich besser. Bob zweiter Platz, Bob-Hacked. So ist es. Ach, ihr könnt mich mal, oh, ich spiel einfach nur besser. Scheiße. Scheiße. Geh in Deckung. Der Sniper, ne? Das ist der Benni, oder? Hat er das lange Ding noch nicht ausgepackt? Nein, ich hab dein langes Ding noch nicht ausgepackt. Benni, pack doch mal dein langes Ding aus. Das mach ich erst, wenn es Probleme gibt, wenn die Situation zu hart wird. Ich freu jetzt bestimmt auf die Anne, wenn du dein langes Ding austankst. Nein, das war auch nur ein Spaß mit dem Hack. Das bezog sich auf einen Insider. Bist du LMO, oder was? Hast du gestern zufällig gegen uns gespielt? Ich gehe jetzt mit dem Schild weiter. Ja, ich hebe gerade direkt zur Seite. Jetzt. Rechts, links steht einer. Links. Gleich links. Jetzt steht er da nicht mehr. Und rechts stehen auch zwei. Ja, ich guck mal, ob ich... Jetzt ist der Heat aus. Einer ist weg. Hast du ihn erwischt? Ja. Gut. Ghost, ghost, ghost. Scheiße. Von wo? Kam an mir vorbei, rechte Seite. Ich bin übrigens erster. Ich hab natürlich... Wo? Das muss kennet werden. Gibt's nicht... Nee. Dritter bin ich. Oh, man. Warum erwisch ich den Arsch nicht? Cloca, Cloca, Cloca. Bist du, bin ich auf einem halbautomatischen... Nein, Loka. Wo? 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 Wo ist denn der? Oh. Vorsicht, auf der anderen Seite. Ich muss ihn nachladen. Nein. Hinter dir. Da schieße ich nur meinen halbautomatischen... Den gleich wieder... Ja, scheiße. Einen hat er weg, damit er kann... Ja. Ah, fuck. Ich wollte gerade die Granate da reinwerfen. So ein Mist. Jetzt auch nicht mehr erster. So ein Scheiß. Da kam der genau im richtigen Moment hoch. Immer die gleiche Scheiße hier. Dafür das, dass die gleichen Gegner sind wie bei Nuss. Dafür spielen sie nicht so gut. Ja, nicht beschweren. Einfach sagen, ach, das ist aber schön, dass das so ist. Und nett nicken und lächeln. Ne? So. Das ist viel besser als sich jetzt beschweren. Weil wenn wir uns jetzt beschweren, dann ändern die gleiche Spielverhalten. Und dann kriegen wir wieder derbe auf den Sack. Da hat der Kasper fast wieder eine Granate von mir gekriegt. Äh, ja, ich bin von einer Granate gekillt worden. Aber da steht nicht... Ne, das war nicht meine, weil ich hab vorher auch... Äh, wieder weg. Da steht auch nicht, wer mich gekillt hat mit der Granate. Oder war das meine eigene? Das war meine eigene. Oh, fast die Glocke nicht laufen g'sinn. Ne, ich seh nur, dass hier auf der anderen Seite direkt einer ist. Den krieg ich jetzt aber auch irgendwie da nicht weg. Auf der anderen Seite von mir. Das ist so ein bisschen doof. Ich hab hier nicht mehr ein Nachladen. Scheiße. Scheiße. Ich hasse das Nachladen. Ich brauch ein größeres Magazin. Ja, die größeren Magazine brauchen aber noch länger zum Nachladen. Ja, nicht immer. Oh! Sag doch, dass direkt auf deiner Seite von dir einer sitzt. Ich hab hier nur 30 Schüsse. Nice, Bob. Let's go, let's go. Ah, Hitze, fuck you. Alter, ein Ghost. Hab ich nicht gesehen. Jaja, soviel zum Thema Schild und Ghost. Du hast natürlich recht. Wenn ich den Schild nicht gehabt hätte, hätte ich den Ghost vermutlich besser gesehen. Stimmt. Aber ich mag das Schild trotzdem. Also man muss natürlich, wenn man durch die Mitte geht, ist das natürlich schon von Vorteil. Aber das ist ja immer so, wenn jemand scannt, wenn man mit dem Schild vorgeht. Ah, da hinten steht einer. Penas. Oh. Stehen viele. Ich geh auch immer mit dem Schild durch die Mitte und dann kommen die von allen Seiten auf mich zu. Du hast natürlich völlig recht, dass das eigentlich dumm ist. Aber ich bin so ein Typ, ich spiele auch gerne mal einfach stumpf nach vorne. Da hab ich manchmal auch echt Spaß dran. Einfach so stumpf nach vorne zu spielen. Ohne mir Gedanken zu machen, das wäre ja vielleicht... Wow. Ah! Fuck, Alter, fuck. Ich höre da auch nur auf die Fresse, ey. Mist. Auf der rechten Seite sitzen zwei an den Absperrungen. Die sind also schon etwas weiter vorne. Ja, rechts sind sie jetzt gleich an der Zeitung. In einer geht die Treppe jetzt. Genau. Das ist so ein bisschen mit dem Schild ist so eine Sache, wenn man mit mehreren Leuten in dem Schild drin ist, dann kann man eigentlich relativ gut, wenn man, so wie wir im Team sind, sich absprechen nach... Sagen, ich gucke links, ich gucke rechts und dann geht es eigentlich relativ gut. Der trägt's nicht. Wenn man nur ganz alleine ist, gebe ich dir völlig recht. Ich komme mit in dein Schild. Kaspar? Ja. Starten? Ja, ich glaube hier... Die rechte Seite, auf der rechten Seite. Die könnten nämlich hier hinter den Automaten schon sitzen. Alter, sitzen sie. Von hinten. Oh, von hinten erschossen. Ja. Da ist auch ein Cloaker durchgegangen. Ja. Ähm. Klappt halt auch nicht immer, wie man jetzt gerade gesehen hat, mit dem gegenseitig Absichern, aber... Also... Geht schon mal. Too much. Und ich... Oh, jetzt hat der Benni mich wieder. Alter. Scheiße. Ist doch zum Kotzen. Da hat er mich doch glatt noch gekriegt, mit ganzen 55 Punkten der Penner. Tja. Ja, ob er wieder eine Goldkiste kriegt. Ja, ich meine, wahrscheinlich hast du recht, auf Generalstufe sind die Spiele vielleicht auch wieder ganz anders da. Ist gut möglich. Aber jetzt auf dem Level, wo wir jetzt gerade spielen... Ich meine, bei uns sind die Schilder auch ganz schnell weg, ja? Geht das eigentlich. Backout, bam, kaputt. Tide rechts. Oh, fuck. Sniper auf links. Oh, dann ist auch noch einer drin. Ja, nice. Kommt jetzt mit. Ah, fuck. Scheiße, fahre ich nicht. Nein, 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 nein. Sorry, da war zu langsam. Ja, ist nicht schlimm. Ja, ich auch. Das ist das Problem. Macht aber nichts. Macht trotzdem cool. Oh, nein. Funko! Von hinten. Nicht mehr. Ich sollte mal vorgehen. Oh. Hey, Bro, what's up? Ja, das kam leider ein bisschen spät, Benni. Der hatte mich vorher leider schon wieder gekillt. Naja, egal. Immer bin ich alleine. Ja, ich komme jetzt aber gleich wieder zu dir. Oh, Cloca. Äh, Cloca. Äh, Cloca. Passt schon. Na, traut es sich nichts? Komm, Caspar, das schaffst du. Ja, aber leider haben wir die Granate. Fuck. Vom eigenen nämlich. Vom eigenen. Ja, mal wieder. Mann, das ist... Oh, nein. Bin ich jetzt bei dir alleine? Bin ich alleine, oder? Sehr gut. Immer. U-Bahn frei. Da heated einer. In der Mitte sind zwei. Komm, Achtung. Ich schaffe in der Granate. Da war noch keiner, oder? So langsam. Wieso? Hast du den gekriegt, oder? Ich denke, in den hast du... Ich hab beide. Alter. Ja, du hast einen höheren Damage-Output wahrscheinlich in deiner Waffe. Mit der U-Bahn kommt eine. Oh. Sniper. Cloca in der Mitte. Ne, ist weg. Ne, ist kein Sniper. Oh, da kommt einer von links. In der U-Bahn, der sitzt jetzt hinten in der U-Bahn und liegt auf dem Boden. Vorsicht von hinten. In der U-Bahn rechts, wie von hinten. Ja, genau. Ne, von der Seite, da ist es auch, glaube ich... So, den in der U-Bahn habe ich. Was? Bei 10-0 habe ich. Alter. Ich hab 2-2, ey. Du hast, wie, die gab's einen Kills weg. Oh, fuck. Irgendwo war ein Ghost, oder? Hier sitzt einer am... Hinter dem Zug. Direkt hinter dem Zug. Arsch, mal wieder. Warte, ich schaffe dich. Ist weg, ist weg, ist weg. Ist weg, ja? Oh! Der kriegt mich fast das Netter. Leute, dann hab ich die abgeleckt. Nein, nein, nein. 11-0. Ich möchte auch ein paar mehr Kills haben. Er, kört mich doch mal. Also, der Benny kann mich vor allen Dingen. Oh, na. Ja, die Aseultwaffe hat bei mir keine hohe Feuerrate. Kein Wunsch an. Immerhin hab ich eine Abschlussvorlage bekommen. Ja? Zu schnell. Fuck. Ach, fuck. Jetzt seht der nach, scheiße. Ach, Mist. Ich muss mich erst an dieses kleine Magazin gewöhnen. So ein Mist. Gummiadlern? Wat? Mit wem? Mit Körnerl. Wenn ich noch General... Also, pass auf, Stürmer, um das nochmal zu erklären. Wenn ich ohne Bezahlen nicht General werde, dann hat das Spiel das nicht verdient. Weil es ist ein kostenloses Spiel und es steht kostenlos drauf, also muss ich das Spiel auch kostenlos gewinnen können. Wenn das nicht so ist, ist das Spiel falsch und nicht meine Einstellung dazu. Oder dass ich nichts kaufe. Oder nicht seine Taktik. Genau, und nicht meine Taktik. Weil ich muss mit meinen Möglichkeiten, die mir das Spiel kostenlos zur Verfügung stellt, wenn kostenlos drauf steht, auch gewinnen können. Wenn ich das nicht kann, dann ist nicht meine Taktik falsch, sondern an dem Spiel ist was falsch. Und das soll dann auch gerne die Welt sehen, dass das so ist. Oder die Leute, die mir den Stream sich angucken. Da stehe ich dann auch zu. Also, ne? Wie gesagt, ich hab nichts dagegen für ein Spiel zu bezahlen, wenn das Spiel... Oh Mann! Wer steht sich denn von mir schon wieder in den Weg? Ey, der Bob, klar. Entschuldigung. Wenn das Spiel jetzt 50 Euro kosten würde, dann wäre ich auch bereit, die 50 Euro dafür auszugeben. Aber wenn er halt... Oh, jetzt! Oh, Granate! Vor mir ne... Schon wieder der Eingriff. Das ist der gleiche, der mir auch die Granate von Lutz geworfen hat. Ist das ein Trottel? Der sieht sich da kaum und trifft die Granate vor meine Füße. Boah. Jetzt habe ich unnötig gestorben. Ich hatte ein 12-0, der tötet mich unnötig. Alter. Aber wo ist der Deckel jetzt meine Granate zu spüren? Der, äh... GD... GFH irgendwas... Typi? Der Tantos... Irgendwas, ne. Alter, wie ich den hasse jetzt bist du. Der kann jetzt meine Granate fressen. Vorsicht, links auf... Im Gleis kommt, glaube ich, einer durch. Ja, da ist einer von uns. Das passt schon. Ja, also das ist auch mit der Einstellung nicht böse gemeint oder so. Ich habe auch überhaupt nichts dagegen, wenn Leute sagen, dass sie das cool finden, wenn sie sich die Sachen in dem Spiel kaufen. Das ist völlig in Ordnung. Das soll, wie gesagt, jeder ganz bitte für sich selber entscheiden. Ganz wichtig. Benni, geh mal bitte durch den Zug nach hinten und hau diesen komischen GFH-J-Affentypen weg, der auch noch im Match-Chat angibt, dass er alle weghaut. Er haut tatsächlich alle weg. Ja, der sitzt da immer noch. Ich dachte... Oh, Alter, bin ich gerade schlecht. Der erste Durchgang war besser. So, wenn wir da nicht mehr auf den Chat konzentrieren, ich nenne es die ganze Zeit mit. Boah. Ja, dass das schwer wird, da habe ich überhaupt nichts gegen. Ich mag die Herausforderung daran, wenn das schwer wird. Wichser! Wichser! Friss die Granate! Alter, entspann dich! Boah! Noch einer. Der hat immer noch eigentlich... Nee, jetzt leider weg. Wofür habe ich mein Schild genutzt? Ei. Mein Gott. Ähm... Was für den Schild gibt es, das weiß ich auch nicht. Ja, ich dachte, vielleicht ist er noch im Zug, deswegen habe ich mein Schild gezündet. Wenn einer von euch den Tantatos sieht, bitte überstelle ich eine Granate vor die Füße, mit lieben Grüßen von mir. Ja, der hat mir einen 12-0 zur Stattung. Ich hätte 12-0 erwürft, eine Granate vor meine Füße, weil der zu dämlich ist, dass ich ein Gegner bin. das reibt auf drei leute im zug zwei leute zu den zweiten zweig sind ja jetzt sind es drei das kann man doch vergessen ist es ja ja ging es nicht so kennt es bitte alleine was soll das wie gesagt ich habe keine zeitliche beschränkung ich muss nicht morgen mit dem spiel fertig sein und general sein wenn das ein jahr dauert oder zwei oder fünf ist es auch egal je länger das allein ist so länger könnt ihr mir beim loosen zu gucken also das ist ja auch hat ja auch was für euch wenn ich nicht so schnell aussteigen hat das ja auch vorteil im blick öfter auf den sack als du überhaupt das macht ja nichts jeder kriegt mal drei in der u-bahn 3 in der u-bahn 1 2 3 weiterkommt ja ich sehe es kaum killt mich mein eigener los ich glaube sind noch da weg 1 2 3 4 jetzt immer mehr geht es da drei sind es ist ja weg der um die ecke steht alter von hinten hinter dir habe ich das war das ein punkte unterschied zwischen uns alter fuck you fuck you fuck you fuck you mit schild ich hasse es ja da war nichts zu machen drei zu zehn fünf zu sieben im moment ich weiß nicht was in letzter zeit los ist ich krieg so auf die fresse es gibt so ja gut also wenn du auf general drei dann erst bezahlt hast dann ist doch okay so kann ich mir also so stelle ich mir das auch vor bis general 1 spielen dann kann ich mir immer überlegen ob ich mir vielleicht noch was kaufe oder nicht aber erstmal bis auf den general kostenlos hochspielen und egal wie lange das dauert wie gesagt je länger das dauert desto länger könnt ihr mir dabei zugucken wie ich hier fehle das hat ja auch was für sich ne mann von daher gibt es doch nicht schön benni super meine frisse der benni macht das wieder der benni macht der benni macht das schon und c ist klar äh der trug mir endlich bald eh durch ey kein einziges mal getroffen wo ist denn der? weißt das jemand? da vorn der auf c meinst du oder? hast du auf c oder? hab ihn gefunden hab ihn gekillt alter da haut mir dieser typ schon wieder von hinten eine granate in den rückung mein näschen juckt schon wieder der tante das? ja ist das dämlich oder so? da ist oben links noch einer ne benni wo? ja ok dann ist der schon weg da war gerade eben noch einer ja dann sag ich das der war gerade eben noch da ja ja eben deswegen sag ich da hab ich dir das mal gesagt ja da sind glaub ich die smoke geworfen damit ich ihn ja genau verdammt damit er mich nicht zählt ja genau ey aber ist ein kumpels boah da sind ein paar mehr ey ja ja nicht zu fassen ja ja oberst gonzo wir hatten der mich jetzt gekriegt auf c ist niemand mehr oder? ne im moment nicht den hab ich weggenommen jetzt ist mir sowas von die Sicht vernehm ja ja du musst doch nicht so viel rauchen mensch das ist doch fürn popo du musst doch nicht so viel rauchen mensch ja freilich dieser komische tantalos ne der hat auch noch ein paar punkte ey ich glaub's nicht ja wie kann der so gut sein? kriegt man punkte durch teammates killen? ich wollt grad sagen da oben in der bitte 2 ist niemand nein nein Tobi nein zu Penny auch und Penny hattet schon wieder regelt au ok dabei ich fang jetzt nicht Mann Mann ey dreizei alter fuck yo ja wohl ich hab spawnen und werde nicht mehr weiter ohne scheiß ich hab einfach das gefühl ich hab boah null schadensauspunt hey 9 zu 7 leute ich will ja mal nix sagen ja eh eh alter positiv ja ich bin auch positiv ich nicht ich kann es gar nicht ähm ähm oh du hattest internetfehler das ist aber schade ich weiß nicht genau was das letzte war was du mitgekriegt hast äh stürmer das kann ich dir gerade nicht sagen kürtel 1 kürtel 1 passt boah Junge ich komme hör auf so weit aufzusteigen das wird immer schwerer schmeiß den mal aus dem trupp raus ich schmeiß den mal aus dem trupp raus sorry ach der hat niemand zugehört der sack geht auch direkt weiter ja passt der kürtel 1 am start hör auf hör auf so weit aufzusteigen nicht schon wieder metro ne der ist mal nimmer nimmer Toms wobei das spiel ja gerade gut war ne oh mann mein näschen ich muss mir mal eben mal eben mein näschen putzen das näschen kodern ja Moment ich wollte es auch grad sagen fickt euch ohlala vielleicht sollte der Bob mal Schokolade essen abpacken ja Anne bin auf den Weg wieder mein letzter Rang war Kernel 4 ich wechsle jetzt mal zum Re-Kernel äh so ich glaube jetzt juckt es nicht mehr mal T nachlegen hier hm 4 Supp- 4 Supporter ja einen das soll dafür äh aber ähm Stürmer wenn du so siehst hier die hast ja gerade gesehen die meine äh einzelnen sind ja auch noch nicht so hoch gespielt ne Supporter 25 und Assault 24 oder so das ist ja jetzt noch keine Welt also von daher also mein Re-Kern ist Level 17 aber du spielst ja auch erst ein Re-Kern naja ich spiel eigentlich hier ich spiel ja eigentlich hier ich spiel ja eigentlich hier wenn du Port und Assault sind Level 6 und 7 ok du bist einfach besser als ich jetzt ich spiel in die Fresse genieß deine Ruhe solange du noch mit auf dem Stream spielen darfst wenn du weiterhin so angehst darfst du demnächst nicht mehr mitspielen so fettig auch wenn er General ist darf er dann mal wenn er General ist darf er mal mit 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 ihre unseriösen Angebote Vorsicht Danny von hinten da läuft einer auf Dingsdick ja ist doch noch besser egal ja ja ich esse kippe ein Avocado ist doch im Moment noch egal lag der Stream? ich glaube nicht bei mir nicht ne ich habe keine verlorenen äh also ich habe keine gedroppten Frames und äh bei mir läuft er sehr flüssig also liegt es vermutlich eher am Server oder an dir vielleicht gibt es in Frank noch nicht so ein gutes Internet ja genau die sind da alle äh die haben eine Mauer drum gebaut und da geht nur 2-3 Kabel durch ja also die die Online-Ladung die bei uns also bei mir kommt ist maximal 16.000 ja bei mir geht bis zu 100 MB oh Gott das ist so langsam manchmal ring ich mich darüber auf halt die Fresse halt die Fresse halt die Fresse komm mit ins Schild ey welcher Idiot hat da schon grad ne blöde Granate geworfen ist der Tantos noch im Team? na aber der Tobinator ist im Team ja 16 Tobinator hast den? sehr gut ja hab ich der Benni macht das der Benni macht das das wird der Motto glaube ich ja ich glaube auch ja der Ronnie Kick ja ja das war meiner wer hat mir den geklaut Penner ey genau wie bei mir wer hat mir den geklaut ihr Wanns Lutscher ey Entschuldigung du bist online du bist online Entschuldigung ja ich muss mich nehmen wir könnten ja wir könnten Schüler zufangen auch ich bist eh erster fuck egal grad ist erster ich glaub nicht halt die ja halt die Bubble und hinter ihm bin ich aus Unterstützung ja du darfst hinter mir sein du darfst auch vorne sein das ist okay da hab ich nicht ja ne sonst komm ich werde ich bin wieder aufgestiegen ach jetzt ist der weg verdammt ja will er nicht der will nicht spielen ne ich glaube auch ja 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 im Moment ist ja keiner machen wir mal gehen wir mal ein Stück weiter ne aber jetzt hier haben wir schnell eingenommen und auch kleiner links wenn man links in den in die Abstellkammer quasi geht in der Abstellkammer ja er läuft weg er läuft weg Achtung Bob ah fuck ah verdammt ja egal zu langsam ich hasse es ja macht nix wow oh 1175 kann mich nicht beschweren glaub der Ghost der kann hinter mir unsichtbar sein ja ich muss gleich bei Gelegenheit mal gucken was das Visier kostet ich weiß nicht wie viel ich jetzt gerade hatte ich habe nicht geguckt wenn ich gleich genug Geld habe für ein neues Visier dann mache ich mir ein neues Mal boah hoch Tobi hoch Tobi ja der liegt wenn er beim Spawn oben über die Container läuft auf die Container oben drauf ok ok leider kann man mich da gerade nicht sehen ich glaube da kommt mir eine sau schwer hin da oben ich sehe wo der liegt halt Bob oh nein hab den oh nein ich wusste es nicht oh shit ich war äh fast bei B bei D fuck fuck der Benny ist jetzt gar nicht bei D bin hin neben dir hinter dir warte ich muss nur scannen ah verdammt ich kann scannen oh oh was auf der kommt denn noch oder? ich lade keine nach jetzt kommt der einer geht rechts dann hat er viel Lust durch wo seid ihr denn? ihr müsst jetzt gleich lol ich erwische ihn nichts nice pop nice pop aah ich will es nachladen fuck aah scheiße ah alter fuck you Ach, Mann. Da war nämlich hinten auf der anderen Seite am Container noch einer, den habe ich weggemacht und deswegen, ja. Ja, auf den habe ich auch geschossen, aber ich habe in dich hineingeschossen, deswegen hat... Wir hätten uns mal abstimmen sollen, verdammt, wer wen nimmt. Egal, macht nix. Ich denke mir so, hey, ich mache dir keinen Schaden, der ist doch offenes Feld und dann auch geschießen dich, ja. Ja, aber eigentlich kannst du durch mich ihn durchschießen. Bitte? Kann man nicht durch die... durchschießen? Ja, das weiß ich irgendwie. Manchmal geht's, manchmal geht's nicht. Also Granaten kann man auf jeden Fall nicht durchwerfen, das ist mein... Äh, nein. Sollte man so schliere. Achtung, Kasper. Ich bin tot. Alter, fuck. Oh, Bob. Sorry. Leute, das ist gerade Kasper bei mir. Direkt auf der rechten Seite hin. Von dir gesehen auf der anderen Seite der Mauer sitzt der. Was? Oh, da! Ja, sag ich doch! Sorry. Sag ich doch! Alter, gut reagiert. Oh, einmalig. Aber da hinten ist... Was? Soll ich dich nicht sehen? Ah, ich hab da noch extra nachgeschaut. Ja, ein offenes Reflex flisier hätte ich auch gerne. Da habt ihr völlig recht. Oh, man! Ich sehe, wie eigentlich mein Avocado ist. Ah, leck mich drauf. Ach, Mann! Da, da aber einfach so... Rechts... Es wird auf zu sterben, wenn ich komme. Entschuldigung. Rechts hinten im Eck sitzt der. Ich gehe jetzt gleich mit Schild wieder durch. Ah, jetzt ist der... Wer hat diese... Es geht nicht. Man kann nicht durch Feinde, meine Freunde durchschießen. Okay. Deswegen schmeiß ich auch immer die Granate gegen dich. Ja, der Granate wusste ich dabei, dass das beim Schießen auch nicht geht, wusste ich nicht. Das ist total nervig. Aber was geht? Wenn zwei Gegner hintereinander stehen, schließt du schon durch die Gegner. Oh, oben am Fenster, Sniper. Alter, was geht denn? Alter, irgendwas hat mich doch hier gerade angeschossen. Ja, oben am Fenster ist ein Sniper. Nee, ich meine, im Mittelgang. Ja, von... Ja, bei dir. Bei dir. Scheiße. Hol den, hol den. Hast du? Ja. Ich werfe mal einen dran. Ah, wo noch einer. Noch einer, noch einer, noch einer. Oh, wo, wo. Oh, fuck. Na, da. Hab ich. Hast du noch einen? Sind denn noch welche? Ja, ich hab den hier. Sauber, sauber. Ist der immer noch oben? Das weiß ich nicht, ob der... Das ist ein Ghost, das ist ein Ghost, Bob. Wo? Da. Da. Da, ach ja. Krieg ich. Oh, fuck, da ist noch einer oben. Zwei sogar. Scheiße. Ich kann da keine Granate reinwerfen, dass das... Wobei, warte mal. Ist doch hier der... Da ist der. Scheiße. Pass auf, das sind... Ja. Das war dumm. Ja, das war dumm. Du hast völlig recht. Jetzt bin ich alleine wieder, danke. Ich bin gleich wieder bei dir. Das war dumm, das war dumm. Ich wollte gucken, ob ich da eine Granate oben reinwerfen kann. Das war dumm. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Weiter geht jetzt weg. Ich weiß wo. Ich versuch das jetzt mal. Ja, aber das sind ein Gegner noch. Eih, und da hat er mich der andere. Was geht nicht immer? Jetzt gerade? Ich glaube, wegen dem Gegner durchschießen oder irgendwie so. Oder Granate. Oh, Mann. Keiner. Von wo? Ah, Ghost. Schlimmer bitte in ganzen Sätzen schreiben. Wir sind da zehn Sekunden nach. Und dann wird er dann wieder nochmal raufschauen. Alter, scheiße. Der ist Sniper von oben. Ich kriege einen Krampf. Oh, ich kriege auch einen Krampf, ey. Hm, was machen wir mit dem da vorne? Tobi, wirft und trifft nicht. Nee. So schlecht. So schlecht. Mit Granaten hole ich zur Zeit. Das ist ein Charlie. Das verliert man Charlie. Was? Wieso? Haben wir uns gegenseitig geholt? Viel geil. Ahh, boah. Der schaut schlecht aus. Alle punkten von mir. Ei, 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 ei. 1, 2, 3, 3 und 2 oder 3 sind da. Die sind jetzt. Jetzt muss ich mit. Alle im Nachlad. ja nur man kann manchmal durch die gegner schießen im vergleich zu freunden kann man das nicht das ist das behinderte wenn du wahrscheinlich mehr schaden machst als du gerade gut losgelegt und jetzt spiel ich wieder so scheiße hier, das gibt's ja gar nicht ich spiel die ganze zeit scheiße, fasst das nicht heute läuft gar nichts Tobi du bist wieder ein bisschen leise gerade ja, sorry, ich habe ein wenig so genuschelt er hat nur so ins Bad genuschelt ja guck mal 2040 Punkte, 7-7, das ist doch in Ordnung 5-8 kann ich 1000 Punkte mit dir ja, halt die Fresse 1400, du bist aber auch eine ganze Athena-Rangstufe vor mir mit deinem General 1 also bitte äh, mit deinem, äh, was bist du, Colonel, ne äh, Colonel 1, ja ich bin gleich wieder Hauptmann, so wie es aussieht, ey ja, geht mir auch manchmal so aber soll ich euch mal was verraten, wir spielen das Spiel jetzt schon anderthalb Stunden ist das richtig, 14 mal angefangen, ja, anderthalb Stunden äh, ich schwör's nicht, sag's besser nicht sag's nicht für alle, die, die nein, du, nein, Bob warte, für alle, die den Stream schon länger kennen, die wissen, was ich jetzt gesagt haben wollte was ich jetzt nicht sage, damit nichts passiert alter alter, Ghost von von hinten von hinten die ist durchgeleitet, oder? meiner der steigt nicht mehr auf? ane? wo? haha, Benny steigt nicht mehr auf ach so, oh, ich doch oh, ja das ist diplomatisch und Schrotflinte wow, ist der schlecht mit dem Schrot rechts kommt wieder einer hinten drin der Einmalig sitzt da wie Einmalig von ihm ja, ich bin dort wenn du mir sass von wo? ja, was? rechts von da? ist leise gewesen oh, hinten irgendwo aah, echt? aah, fuck you, scheiß Schild, ich hasse es ich hasse die Leute mit ihren scheiß Schilden mit den umhau-dingern wie nennt man die? diese umhau-schilde? blitz 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 Tobi ist gerade irgendwie durch die Wand bei mir gelaufen warte Tobi hat die Brille gegenseit sonst gut hat ich ein Tobi redet von sich in der dritten Versuch Tobi ist tot und ich bin noch schon wieder vom Einmalig ja, ich auch Tobi, wir müssen uns mal an den rächen ja hacks wer hackt der Einmalig hackt ja, der Einmalig ist der Hacker bin voll dafür Anne, bin auch der hat LMO hack klar, der hat LMO scheiße E1T ist so Schwesterclan weißt du? ja haben sie gesagt oh ne der ist der ist Cosmo Cosmo Achtung rechts Entschuldigung du musst gerade mal gähnen hier ah, ich hasse den schon da stehlt er mit diesen Kill ich hab hier kommt er hat sich gerettet du hast 26 Leben sehr froh ich hab's kommen sehen Alter, ich bin am Spawnfenster vorbeige... oh Alter, da ist ja Caspar jetzt aber ganz weit vorne, wa? nicht ganz vorne, aber weiter vorne als gerade er beruht mich fast jawohl nein behind ach scheiße nicht erst nein sondern erst behind rufen und dann nein ja natürlich weil mit nein kann ich ja erstmal nichts anfangen ja weiter ähm äh bei CM-Festor mit seiner mit AK oh 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 ein Malik räumt schon wieder aus ah spring jetzt aufm Container tach Benni was ich bin neben dir quasi ach so ja ist der immer noch am Fenster? der ist aufm Container gesprungen sicher also ich hab da einen aus aufm Container stehen ja der liegt da noch auf dem Container tatsächlich und Granate ja passt ich hab mir den aufm Container aber jetzt bin ich tot von rechts an ja ich auch ich wollte mich grad holen ich schau grad raus dann ist er tot den aufm Container hab ich gekriegt ja aber der Einmalik ist noch am Fenster glaub ich nein wieder ein Schrot wieder der ein ne wieder in der Mitte hinter den Tonnen ich hab Schild ich versuch dann ah ich weiß schon wo du meinst ja genau da hab ich hab ich mir doch gedacht sup bro wassup hast du? ja sicher nice hinter mir Schild hinter mir Schild hast du? die haben alle ne Schrot die haben alle ne Schrot hab ich schieß ich mit der Pistole down und du darfst ein Dreck Schild vom Rücken hinten ah hackt der hackt ja dann hackst du äh LMO der hackt der Mitte passt keiner auf oh wo? so viel zum Thema vorne wo? jetzt mach ich grad gar nichts mehr Caspar wo? äh der sitzt auf der linken Seite ah ich weiß nicht zweites zweite zweites 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 glaub ich auf ne auch doch nicht auf C whatever wisst ihr was wenn wir mit dem Durchgang durch sind dann würd ich glaub ich ganz gerne mal ne halbe Stunde Essenspause machen weil ich bin jetzt ja lass mich kurz gucken viereinhalb Stunden am Stream und jetzt langsam krieg ich Hunger dass ich mal kurz ne Pizza mir oh shit oh shit oh shit Hitze fuck ja hatte mich ist das für euch in Ordnung? wo stehen denn ähm also ich werd gleich eh Feierabend machen müssen so der mit Hitze ist weg und der der durchgerannt kam auch ah ne das heißt dass hier ist ein Platz für dich frei geworden ja ich komm dann nach einer halben Stunde wieder und dann stream ich ja auch weiter ja wenn der Casper weg geht aber wenn der Casper weg ist dann ist für die Anne natürlich ein Platz da dann kann die gerne mit einsteigen da würden wir uns sehr drüber freuen ja Entschuldigung ich hätte was sagen sollen tut mir leid ah ja na na passt schon aber ich dachte immer ne Schrotflinte weil der so komisch äh geschossen hat dabei war der nur halb halb automatisch aber der Tobi hat ihn eh schon ok oh granate der Tobi macht das hinter dir Kasper ja toll von vorne auch hab ich hab ich hinter dir hab ich hinter dir hab ich vor dir hab ich auch einmalig Bob killt einmalig jawohl meine Fresse wird irgendjemand angucken? äh nö bin grad nur auf Whatsapp zugespampt und zwar extrem zugespampt was schreibt die? ah die spammt mit Bildern ah ok wer spammt? ah auf der Klasse jemand ja so wegen wegen ich glaub Lopor also nein du killst nicht meine Leute hi danke bitte ich geh mal mal ich hab Schild ich lass euch ja und hinten Robin der Einmalig Achtung kommt keiner hab ich ah das ist ja Einmalig hinten steht noch der Einmalig ja er kommt jetzt noch vor ja tot Einmalig steht nicht mehr hinten Einmalig steht nicht hinten der wird einmal tot Einmalig na uuuuuh granate uuuuh shit ich lebe noch da jetzt nicht mehr von hinten ja auf der rechten Seite wie immer noch ei 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 ah guck mal ja ich fass am Benni wieder ran also bei mir läufts in letzter Zeit überhaupt nicht mehr ja ich hab dir den Blitz du bist jetzt der Blitz Junge ja bei dir als es bei mir nicht lief lief es bei dir jetzt hab ich dir den Blitz abgegeben einfach verdammt dieser Sinon der steht da immer noch wo denn ganz geradeaus in dem Fenster und snipert da rein oben der muss da die einfach die ganze Zeit stehen nähe hinten ooooh ei 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 die sind über die rechte Seite schon durch auf C einer zwei ein oder zwei zwei das ist natürlich also fühl dich zu nichts verpflichtet an aber wenn du Spaß daran hast dann würden wir uns sehr darüber freuen ooooh ich wusste es wenn nicht ist das auch das ständig ordnung das spielen wir zu dritt oh nein witz ich hab ihn ja erwischt der Fallweil alter scheiß da war noch einer den hab ich nicht gesehen den Blitz hab ich gekriegt den hab ich gekriegt den hab ich gekriegt ach guck mal theoretisch schon gerne aber du hast ja nachher besucht ne das ist das wahrscheinlich das größere Problem ja aber guck mal wir machen so bis ich sag mal wenn ich wenn wir hier durch sind so bis was von fünf bis halb sechs oder so mach ich vielleicht Pause ungefähr und das heißt von mach mal lieber von mach mal noch ein Spiel danach und dann mach mal dann Pause weil dann oder so von hinten fucking hinten ähm ähm ja auf C ah C ja und mit Blitz auch noch oder wir machen wir können auch noch hier nach noch eins machen und ich mach dann Pause das geht vielleicht auch woran liegt's dann also äh Besuch hätte ich ja jetzt als Ausrede akzeptiert ne sie ist nervös bestimmt du wir sind doch alle ganz nett und mich kann so viele attraktive Kerls und dann was ja du traust dich hier streamen ganz beruhigt ganz beruhigt sein guck mal du kannst mich doch sehen ich mach mich hier zum Affen für alle Leute und die Leute stehen drauf wo ist der hin scheiße da mal äh die Leute stehen drauf du kannst dich nicht mehr zum Affen machen als ich mich zum Affen mache das ist überhaupt nicht möglich von daher brauchst du auch keine Angst zu haben so und der Benni und der Tobi sind ja auch ganz nett meistens alles was du sagst kann und wird gegen Bob vor Gericht gegen ihn verwendet werden ja ja alles was du sagst wird kann und wird vor Gericht gegen Bob verwendet werden also hier gegen den da Mario 2 yes gucken wie lange ich den diesmal halte hauptmann 5 bist du auf hauptmann 5 abgestiegen ja scheiße gib noch Mario 1 ok dann machen wir jetzt noch ein Spiel ja und dann mache ich Essenspause und ja gucken wie lange das Spiel jetzt dauert ich mache so eine halbe Stunde ungefähr Essenspause etwa ach Visier danke für den Tipp ja äh gucken gucken da kann ich eigentlich direkt hier zack Spiel gefunden verdammt ach zu laut äh ihr müsst mir sagen welches geiles Reflex Visier 1900 oder das hier welches ist besser das sagt mir wenn ich rein muss ich muss jetzt jetzt oh shit schmeißt mir Kasper runter oder Artika auf jeden Fall welches ihr müsst mir bitte ihr schmeißt mich bestimmt nie runter also danke nochmal für den Hinweis an wegen dem Visier musst du gleich nochmal machen und sag mir auch schreib mir am besten auch direkt hinzu welches ich nehmen soll also ich bin da für Tipps offen du hast ja jetzt gesehen was die kosten und du hast gesehen wie viel Geld ich zur Verfügung habe siehst du da oben noch 2319 habe ich zur Verfügung ja also bis 2000 kann ich ohne Probleme ausgeben ein bisschen muss ich auch noch rückhalte aber ja ich glaube du musst ein offenes Reflex Visier nehmen ja ich war konnte die so schnell nicht lesen weil das Match so schnell da war das nächste wir haben jetzt vier Supporte ja dann mach ich das gleich wenn nach dem Spiel mach ich ja eh Pause dann guck ich dann gucken wir nach der Pause mal bevor wir das nächste Spiel starten mit der Anne zusammen das nächste Spiel starten ja das mit dem Test mach ich auch immer ja das ist richtig ich hab mir sagen lassen das ist eine tolle Stimme von daher musst du einfach Schleimer ja vielleicht sind es ja nur Wahrheiten erstens sind es nur Wahrheiten oder das ich sage erstens sagen alter du Hoden was hast du die Granate geworfen wenn geht das wieder los fick dich ähm also ja die wenn du wenn man seine Stimme über den Stream und so hört dann hasst man die am Anfang immer das ist normal weil man das nicht kennt mit Mikrofon und das ist völlig in Ordnung dass man dann seine Stimme hasst aber keine Sorge du hörst deine Stimme nicht du hörst ja erstens nicht selber und äh andere hassen deine Stimme nicht und ist ja auch schön für unsere Zuschauer wenn mal eine Frau mitspielt also das meine ich jetzt wirklich ernst es ist ja für die Zuschauer auch mal interessant nicht immer nur unsere rauen Männer Stimmen zu hören und die Scheiße die wir labern sondern vielleicht auch ein bisschen qualitativ hochwertige und nette Frauen Stimmen das äh ne ist ja für Zuschauer auch immer eine gute Sache von daher jetzt steh du blöder Idiot wo ist der hin? ja Girls Problems du das ist kein Girls Problem das kommt schon die Follows alle daher das äh glauben alle wenn sie ihre Stimme hören dass sie komisch klingt aber müsst euch immer mal bewusst sein eure Stimme klingt halt so ne also jeder hört sie so und die meisten beleidigen euch nicht deswegen du da darfst auch am meisten fluchen da haben wir auch nichts gegen ähm und es ist nicht ich steh drauf wenn Frauen so richtig geil fluchen also so richtig geil fluchen ja das ist bestimmt der Grund wieso sie jetzt kommt das ist jetzt der Grund wieso sie nicht kommt weil ja hab ich's mir verdorben wahrscheinlich äh ne ähm also es ist tatsächlich hinter dir Caspar nein nachladen scheiße ich probier jetzt mal einfach mal tak rein und raus oh das Spiel hat schon angefangen ja du bist doch dein Depp ja du bist doch dein Depp von wo von wo und äh das was du dann über Mikrofon hörst das ist die Stimme die wir alle von dir hören also wir hören dich halt immer so und das was die anderen erzählt haben ist deine Stimmung gar nicht so verkehrt ne eine angenehme Stimme siehste guck mal da kann man doch fast gar nicht mehr nein zu sagen zum Mitspielen wenn du schon solche Sachen hörst wie eine angenehme Stimme eine angenehme Stimme das ist doch Bombe wow ich bin ja gar nicht mal so gut obwohl ich gar nicht noch nicht gekillt wurde oh hier steht einer an der Treppe kacke mit dem Skype kriegen wir dann auch hin und dann mach ich in der äh Pause gleich gleich auch nochmal ein bisschen Werbung dann gehen bestimmt die Zuschauer zahl die Zuschauer zahlen auch nochmal jetzt macht der Arm doch keine Angst damit auch möglichst viele zuschauen ich bin schon fies ne was geht denn hier ab Alter warum ist mein Schild ausgegangen das gibt's ja nicht fuck you Blackouts ja das könnte sein dass es Blackout war ich hab allerdings ich hab davon nur was rauchen können ja wahrscheinlich Mensch der Typie geht aber ab Typie der Typie 77 was dieser bekloppte Name ist schon 76 mal vergeben worden oder er ist 76 geboren was ja auch möglich im Rahmen der Ernährung der ist ein Deuter Alter Scheiße laden 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 geht ja nice eiii und noch ein Schild nein jo oah ah kommt noch einer boah übel nein fuck zack ich bin schon wieder bester Support ich werd vorletzt und krieg die meisten Kopfschlüsse medaillen ja nice ich krieg gar nichts ich hab 3 zu 2 das ist ja schon fast peinlich ich hab 3 zu 3 ja da kommt die scheiß Eroberung dazu ja arg 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 du hast doch mal ein schnelles Spiel jetzt hier ja das ist ja auch die Kacke jetzt legen wir nur so schnelles Spiel hin und geht schon ja ah ah Mist hab ich erwischt merde fuck ich wollte vor dem abhauen hat nicht funktioniert was geht denn weg mit ja ok ja hauptsache unser Typ geht mit der Heat weg alter Alter oh Tobi 4er Killserie nein Alter warum ist dein Schild aus? was hast du gemacht? ah ah es ist immer dann das geht ja irgendwann automatisch an ja wenn du zu spät manchmal drück ich genau in dem Augenblick wo es halt angeht ah tal ja auf ich hab ihn oh ich hole fast wo von wo wie einer kommt von hinten passt auf oder mehrere schon ich spawn grad vielleicht bin ich schnell gehen äh benehmen sie ja ja da kommen sie grad da vorne ist er noch ja 2 6 jetzt klug der so hoch geschossen Merde jetzt sind wir im französischen angekommen oder was? ne ich wollte einfach mal nur nicht so hart so hart flamen weil ich hab immer so hart flamen und man muss ja manchmal auch verdammt süßig es klingt also würdest du dir mit Seite den Arsch abwischen und denk immer dran es ist falsch Franzose zu sein boah von da oben ja ist klar Mist oh guck mal der Turbinator ist in der Tür ist er sicher? ist er sicher? ich bin unten ok es ist nicht sicher da war grad noch keine Gute ah fuck ich bin lieber nicht schnell genug los ja 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 ich bin dafür dass ich grade so gut war ich bin jetzt derbe schlecht aber nicht letzter ne nicht letzter der kranken 1 cz ist noch letzter bäm wow nice 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 mit ner granate der Kaspar der Kaspar der Kaspar im folgst und folgst oh oh shit oh scheiße oh Boah, wie schlecht hieß ich heute. Wow, 350 fucking Punkte, yes! Boah, bist du. Alter. Boah, bester Support. Diesmal habe ich tatsächlich eine Medaille. Bester Regen, endlich. Mann, Mann, Mann. Boah. Entschuldigung, das ist so lasstig gegeben. Nach meiner 4er-Kill-Serie kam gar nichts mehr bei mir. Ich bin zu 3. Och, ich bin schon wieder einen aufgestiegen. Watt, Quatsch. Ja, doch. Hör auf. Ja, nee, ist so. Auf Major 3 bin ich aufgestiegen. Ja, da müssen wir wohl jetzt noch eins machen. Nee, ich mache jetzt meine Essenspause. Mir knurrt der der Magen. Du hast ja deine Pizza schon gehabt. So, das heißt, wir haben jetzt 5 vor 5. Wir machen bis halb 6 Pause. Und um halb 6, ich lasse den Stream auch laufen in der Zeit, also mit Musik für euch. Ähm, um halb 6 bin ich wieder da. Wer ist da noch dabei? Ist der Tobi da noch dabei? Ja. Ja. Dann ist der Benni noch dabei? Ja. Und dann ist die Anne dabei? Ja. Aber der Kasper ist dann nicht mehr dabei, richtig? Das war nicht mal nah dran. Und der Kasper ist dann aber nicht mehr dabei, richtig? Wahrscheinlich nicht. Alles klar. So, das heißt, halbe Stunde Pause. Wir treffen uns um halb 5 wieder. Und ich hoffe, dann schaut ihr auch wieder zu oder seid dann immer noch dabei. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Such Jamie. Tschüss. Vielen Dank.